Liebe Schach-Community, Hans Niemann gegen den Rest der Welt, die nächste Etappe. Ich berichtete ja von seinem grandiosen Erfolg gegen Anish Giri in Utrecht. Das Match fand statt vom 7. bis 11. August und es geht Schlag auf Schlag weiter. Er spielt vom 14. bis 18. August in London gegen Nikita Vitugov. Ihr seht es hier, russischer, ex-russischer, russischer Weltklasse-Großmeister, spielt aber inzwischen für England seit 2022, findet statt in London in einem Hotel. Wir schauen mal, was die beiden genau spielen. Zwei Tage, nee, drei Tage klassische Schach hier, 14. bis 15. bis 16. August. Jeweils zwei Partien an jedem Tag, das ist schon amtlich, zwei Partien klassisch an einem Tag, das ist so doppelrundenmäßig, das ist schon viel. Dann Rapid am 17. August und dann am 18. August blitzen. Nikita Vitugov ist die Nummer 49 der Weltrangliste aktuell. Ein sehr starker Spieler, sehr erfahrener Spieler. Er hat häufig für die russische Nationalmannschaft gespielt. Wirklich ein hartes Brett und ein guter Gegner für Niemann. Und wir schauen uns die erste klassische Partie an, zwischen den beiden. Und dann am Ende schauen wir, wie es inzwischen steht. Ich glaube, gerade jetzt, wo ich das Video aufnehme, läuft die dritte Partie. Gehen wir erstmal rein. Die erste Partie war wirklich gut, muss ich sagen. Hat mir sehr gefallen. Vitugov beginnt hier mit D4. Springer F6, C4, E6 und Springer C3. Läufer B4, die Nimzovic-Indische Verteidigung. Kleiner Hinweis. Wer sich mit diesen Eröffnungen ein bisschen näher befassen möchte, dem empfehle ich auch einen Blick in meine Playlists zu werfen. Nimzovic-Indisch habe ich schon sehr viele Partien analysiert. Minimum 30, 40 Partien hier auf dieser Seite, weil das wirklich eine gängige Eröffnung ist auf Großmeisterniveau. Und da könnt ihr die Partien in der Playlist nach und nach nachspielen und so ein Gefühl für die Eröffnung bekommen. Einfach unter dem Reiter Playlists schauen. Da findet ihr alle möglichen Playlists. So, Vitugov spielt hier E3. Es gibt hier viele Möglichkeiten für Weiß. E3 ist ein Standardzug. Bereitet hier Läufer D3 vor. Ruhade, Läufer D3, D5, Standardzüge. A3 greift den Läufer an. Nimmt raus, nimmt raus. Ich glaube, in dieser Stellung habe ich auch schon Läufer E7 gesehen. Aber gut, Läufer C3, BC3, D4, Läufer C4. Das ist alles häufig gespielt. Wir werden die Eröffnung relativ fix durchgehen. C5 hier, attackiert das Zentrum. Das ist richtig. Springer F3 Entwicklung. Damit C7. Damit C7, hier muss man aufpassen. Jetzt droht C schlicht D4. Und dann würde der Läufer hier hängen. Beziehungsweise, wenn Schwarz auf D4 nimmt, möchten wir mit dem C-Bauer wieder nehmen, um die Struktur intakt zu halten. Und deswegen geht Weiß mit dem Läufer nach E2 zurück. Ihr fragt euch vielleicht, warum nicht Läufer D3. Das ist ein lehrreicher Fehler. Wegen C, D4. Jetzt ist der Bauer angegriffen. Und wenn ich jetzt hier wieder nehme, dann verliere ich Material mit Weiß. Oh, 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 oh. Das ist der Grund, weswegen wir nach E2 zurückgehen. Läufer D2 hängt der Läufer. Deswegen geht man nach E2 zurück. Damit man in so einer Stellung Läufer D2 spielen kann. Ja, Läufer D3 geht nicht. Deswegen Läufer E2. Und jetzt geht es nochmal weiter. B6, Läufer B2, Läufer B7, Rochade, Springer C6. Klar, alles Entwicklungszüge. Wir sind immer noch in der Eröffnung. Und jetzt sehr interessanter Ansatz hier. Der klassische Ansatz in solchen Stellungen ist eigentlich sowas wie C4. Um das Bauernzentrum intakt zu halten und dann die Schwerfiguren hinter den Bauern zu stellen. Das ist der klassische Ansatz. Und dann später vielleicht die Bauern vorziehen im Zentrum. Aber hier spielt Vithugov natürlich Computer unterstützt, Engine unterstützt. Nimmt er auf C5 raus. Da sind so neue Mittel und Wege. BC5, C4. Gut, es ist eine symmetrische Bauernstruktur. Weiß hat sich jetzt nicht hier außerordentlich geschwächt, weil Schwarz die gleiche Struktur hat. Und Weiß macht die Diagonale für den Läufer frei. Läufer F6 muss man in Betracht jetzt ziehen. Deswegen hier E5. Bauern in Zentrum stellen. Verhindert auch dieses Schlagen hier. Es geht weiter mit Dame C2. Verbindet die Türme. Turm F8, normaler Zug. Turm FD1 bringt Türme in Stellung. Bis jetzt ist nicht so wahnsinnig viel passiert. Und jetzt wählt niemand einen interessanten Plan. Im ersten Moment dachte ich, warum zieht er hier Springer A5? Das ist immer so bei Analysen von Partien. Wenn man Partien nachspielt, kann man sich immer fragen, warum zieht er den? Und man muss ein bisschen Geduld dabei haben. Auch einfach mal weiterspielen, ein paar Züge machen. Und dann erkennt man dann irgendwann so, ah, das ist da damit geplant. Okay, Springer D2. Ja, der Springer steht hier nicht so gut. Er zieht den weg. Geht auch darum, hier das Feld E4 zu kontrollieren. Weil Schwarz hier natürlich auch die Diagonale für den Läufer aufgemacht hat. Läufer C6. Läufer C3. Springer B7. Okay, das war also niemals Idee. Er gruppiert seine Figuren um. Und möchte eventuell mit dem Springer später nach D6. So, hier ist das Feld E4 von großer Bedeutung. Wahrscheinlich sollte Weiß hier F3 spielen, damit der Springer nicht rein kann. Stattdessen spielt ein Video-Gopf Springer F1. Und lässt diese Springer E4 erstmal zu. Den Läufer wollen wir nicht geben. Das Läuferpaar wollen wir behalten. Läufer E1 zurück. Und mit F3 kriegt der Springer sowieso wieder einen Tritt. Aber jetzt hat Schwarz die Möglichkeit, F5 zu spielen. Sehr interessant. Ein weiterer Bauer, zentral aufgestellt. Öffnet natürlich ein bisschen den König. Aber Schwarz kontrolliert dadurch mehr Raum. F3, Springer D6 zurück natürlich. Wir müssen den Bauern decken. Und jetzt geht es weiter hier mit Springer G3. Greift den Bauern F5 an. Sehr konkret. Das ist nicht die einzige Möglichkeit. Stockfisch insistiert hier oder später mal A4 zu spielen. Und den Bauern einfach laufen lassen. Und Raum gewinnen am Damenflügel. Und vielleicht Schwächen kreieren. Falls Schwarz vielleicht A6 spielt, dann A5. Und dann haben wir hier eine Schwäche, die wir eventuell ausbeuten können. Es ist ein bisschen langsam. Kann ich verstehen, dass Vithjogov davon Abstand nimmt. Er spielt Springer G3 hier. Dame F7, sorry. Schwarz hält die Spannung. Man könnte natürlich auch F4 hier spielen. Wäre möglich. Aber sehr interessant von niemandem, dass er sagt, nee, ich halte die Spannung. Und behalte mir vor, ob ich später mal F4 spiele. Geht hier weiter mit F4 selbst. Ja, Vithjogov verliert hier so ein bisschen die Geduld an der Stelle. Möchte F4 aus dem Spiel nehmen und spielt selbst F4. Verstehe ich. Das Feld E4 wird dadurch geschwächt. Man hätte nicht F4 spielen müssen. A4 ist immer noch eine Option. Oder sowas wie Turm A, B1. Einfach mal den Turm ins Spiel bringen, auf die offene B-Linie. Sei es drum. F4 ist jetzt kein entscheidender Fehler. Dame E6 hält die Spannung. Läufer D3. Weiß greift den F5 an und möchte Schwarz zu F4 locken. Würdet ihr hier E4 spielen mit Tempo? Oder macht ihr was anderes? G6. Ja, wir müssen an den Bauern denken sonst. Entweder E4 oder G6. Turm F8 ist weniger sinnvoll wahrscheinlich. E4 ist ein Fehler. Lehrreicher Fehler. Dann geht der Läufer zurück und dann ist die Stellung hier geschlossen am Königsflügel. Und Schwarz kann dort nicht mehr angreifen. Versperrt sich den Läufer auf C6. Er guckt nur noch auf seinen eigenen Bauern drauf. Also nicht immer reflexartig immer alles angreifen. Gerade wenn man Bauern vorzieht, hat das natürlich immer schwerwiegende Konsequenzen. Besser ist es hier G6 zu spielen. Spannung halten. Geht weiter mit Turm AB1. Bringt den Turm ins Spiel. Turm E7. Okay. Deckt die siebte Reihe. Sinnvoll. Und bereitet sowas vor. Läufer F2. Verbessert den Läufer. Ja. Ist jetzt auch nicht das tollste Feld für den Läufer. Aber Problem ist, Läufer C3 geht hier nicht. Wegen Springer schlicht C4. Und dann haben wir noch dieses Feld übrig. Läufer F2 deckt E3. Verbindet die Türme wieder hier. Beziehungsweise der Läufer stand auf E1 einfach nicht gut. Geht weiter mit Turm AE8. Das sieht natürlich schön protzig aus mit den drei Schwerfiguren auf der E-Linie. Irgendwann, wenn die aufgeht, können die da was ausrichten. Schwarz hat alle Figuren im Spiel. Es geht weiter mit Dame C3. Okay. Macht hier ein bisschen Druck. Eventuell die Dame tauschen. Schwarz geht mit der Dame zurück. So, das Schlagen auf E5 ist vielleicht jetzt nicht ganz so gut. H3. Macht ein Luftloch für den König. H6. Sehr aggressiv von Niemann. Er möchte G5 spielen. Und weiter aktiv werden. Turm B2 deckt die zweite Reihe. G5. Das ist natürlich jetzt hier sehr aggressiv. Der König wird geöffnet. Aber Schwarz macht Druck. Richtig viel Druck am Königsflügel. Man könnte jetzt mit Dame C1 hier immer noch die Spannung halten. Wahrscheinlich der beste Zug. Wenn hier auf F hier zweimal genommen wird, dann kann die Dame am Ende auf F4 nehmen. Die Stellung müsste ausgeglichen sein hier. Aber Vityukov nimmt raus. Eine kleine Ungenauigkeit. Turm E5. Denn jetzt bekommt Schwarz die Möglichkeit hier am Königsflügel die Bauern vorzuschieben. Läufer B1. Ein Fehler. Ja, wir sehen bei Vityukov geht die Zeit langsam weg. Niemand spielt sehr schnell für eine klassische Partie. Läufer E2 ist hier besser. Mit der Idee Läufer H5. Hier müsste Schwarz schon wirklich gut rechnen. Denn F4 ist möglich. Aber es lässt Läufer H5 zu. Dame C4. Mit der Idee Dame schlicht C4. Springer schlicht C4. Und hier gewinnt Schwarz Material. Läufer E8 bringt nichts wegen Springer B2. Dann hängt der Turm. Es hängt der Springer. Es hängt der Läufer. Also Läufer C6 geht ja nicht wegen dem hier. Und Schwarz gewinnt Material. Ich glaube, ich würde es sogar hier nehmen. Ehrlich gesagt. Ja, ist sogar besser. Auf Dame C4 hat Weiß Springer E2. Deck die Dame. Aber hier gewinnen wir einen Bauern. Zack, zack. Und jetzt weggehen. Und Schwarz hat hier einen Bauern gewonnen. Allerdings hat Weiß durch das Läuferpaar gute Kompensation. Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Engine-Variante. Läufer E2 mit der Idee Läufer H5 war hier eine gute Möglichkeit. Aber mit Jugo geht es zurück nach B1. Er möchte den Druck auf den Bauern F5 weiter haben und natürlich das Feld E4 auch nochmal kontrollieren. Besser kontrollieren. Hier wird niemand ein bisschen ungeduldig, spielt sofort F4. Zack. Wahrscheinlich besser H5 hier und sich alle Optionen offen lassen am Königslügel. Aber F4, okay. Mit Jugo verteidigt sich jetzt fantastisch. Springer F1 geht zurück, er nimmt nicht raus. Hier ist nicht klar, was der beste Zug ist. Springer E4, F3. Auf jeden Fall spielt Schwarz F3. Macht Druck. Das muss man niemand schon lassen. Er macht wirklich wahnsinnig viel Druck. Aber mit Jugo reagiert mit wenig Zeit wirklich sehr, sehr stark. Läufer G3 hier. Greift den Turmann. Wir können nicht auf G2 nehmen, weil er E5 fängt. Springer E4 ist eine super Antwort. Weiß nimmt. Schwarz nimmt. Turm F2. Bester Zug. Turm schlägt C4. Schwarz gewinnt den Bauern. Dame B2 zurück. So, der Bauer ist gefesselt. G4. Deckt hier. Greift hier an. Es wird unübersichtlich. Was ist der beste Zug? Springer D2 ist der beste Zug. Der Turm hat auf der vierten Reihe kaum Felder. Muss nach A4. Und jetzt E4. Die Diagonale hier schließen. einen Bauernopfern. Aber dann kann Weiß hier nehmen. Und irgendwann kann er auf F3 nehmen. Und die Stellung ist nicht schlechter wirklich. Springer D2 war stark. Aber Witt-Hugow nimmt raus auf G4. Ich verstehe, warum er da nimmt. Ich denke, ich hätte auch genommen dort. Nimmt raus. Und jetzt kann er hier auf F3 nehmen. So, Problem ist, Läufer F3 geht nicht. Wegen. Weswegen eigentlich nicht? Springer H2 geht nicht. Wegen Turm G3. Wegen Turm D3 mit der Idee E4. Die Fesselung ist ein Problem hier. Wobei man Turm E, E4 berechnen muss. Turm B3. Und hier Gegenspiel. Ja, sehr interessant. Sehr interessant. Niemand verzichtet auf Läufer F3. Denkt auch gar nicht lange nach. Der spielt super schnell. Geht zurück mit dem Turm nach G6. Und jetzt E4. Und das war die Hauptidee von Witt-Hugow. Hier den Läufer auf C6 kalt stellen. Und die Diagonale so ein bisschen schließen. Aber die G-Linie hat sich geöffnet. Und das nutzt Schwarz hier für einen schönen Angriff aus. Mit König H7. Macht Platz für den Turm hier. Hier müsste Weiß mit der Dame nach E2 gehen. Die Idee ist hier Läufer B5 zu verhindern. Stattdessen spielt der Dame C3. Und das lässt diesen Läufer B5 zu. Droht Läufer F1 gefolgt von Turm schlicht G3. Deswegen muss Weiß den Läufer decken. Turm G2. Turm EG8. Es droht wieder das Schlagen schlagen. F4. Das war die Idee von Witt-Hugow. So den Läufer zu decken. Aber das hat jetzt hier die Struktur wieder gelockert. So war auf dieser Diagonale nichts los. Aber jetzt ist die Struktur wieder gelockert. Hier hat Schwarz den starken Zug. Läufer C6. Und der Bauer E4 ist eigentlich gar nicht mehr zu verteidigen. Zum Beispiel Dame E3, Turm E6. Springer D2. Springer D6. Und der Bauer ist weg. Na gut, E5, Läufer G2 halt. Das ist das Problem. Wir können den Bauer nicht vorziehen. Also Läufer C6 war sehr stark. Aber niemand spielt hier deutlich zu schnell. Obwohl er super viel Zeit hat. Läufer F1. Und hier haben sich beide verrechnet. Ja gut, Witt-Hugow hat da auch wenig Zeit. Ich muss gestehen, ich habe noch gar nicht geguckt, welche Bedenkzeit sie spielen. Ob sie hier Zeitgutschrift bekommen. Also 30 Sekunden bekommen sie sowieso, klar. Aber ob sie nach dem 40. Zug, gab es keine richtige Zeit dazu. Ja, wie soll man wieder nehmen hier auf F1? König kann schlagen, Turm kann schlagen. Und etwas kontraintuitiv ist König F1 hier der richtige Zug. Der Grund ist, der Turm muss auf der D-Linie bleiben, um Springer D6 in einem bestimmten Moment zu verhindern. Ich zeige es euch. Springer D6 hier geht. Dame D3, C4, Dame F3. Und hier kann ich nicht Turm G4 spielen, weil der Turm den Springer decken muss. Ich werde euch den Unterschied zeigen in der Partie. Weiß nahm mit dem Turm raus. Hier. Und das ist ein Fehler. Turm F1 hätte irgendwie fast jeder von uns gespielt, oder? Der Unterschied ist auch so schwierig zu sehen. Springer D6 greift den Bauern an. Dame F3 hier. Und jetzt Turm G4. Das ist der Unterschied. Der Springer ist nicht angegriffen. Und Turm G4 verhindert, dass diese beiden Bauern ziehen. Ich kann nicht F5 spielen, weil der Bauer hängt. Und der geht auch nicht wegen Springer F5. Das ist simpel. Das heißt, die beiden Bauern können nicht ziehen. Mit dem Turm auf D1 und dem König auf F1 könnte ich E5 oder F5 ziehen, weil der Turm auf G6 stehen bleiben müsste. Und dann hätte ich Züge wie F5 oder E5 und könnte Gegenspiel kreieren. Das ist eine sehr, sehr versteckte Option. Ja, und hier kommt weiß ein Zugzwang. Er kann gar nichts mehr ziehen, ist richtig. Der Läufer kann nicht ziehen, der Turm kann nicht ziehen. Ja gut, der König könnte nach H2, aber was soll er da? Ich habe dann da mal H5 Schach. Also probiert er Turm F, F2. Das geht aber direkt nach hinten los. Dame G7. König hier, König A2. Und hier gewinnt Schwarz sehr simpel. Und da hier muss man sagen, also ein bisschen langsamer könnte Herr Niemann schon spielen. Kandidatenzug, Turmschlicht, G3 ist nicht besonders schwierig. Das gewinnt halt ziemlich trivial. Und dann haben wir am Ende ein gewonnenes Bauernendspiel. C4. Einer der Bauern läuft hier halt zur Dame. Ja, hier spielt er deutlich zu schnell. Er ist sehr selbstbewusst, das muss man schon sagen. Er spielt hier Dame G6. Hat hier was anderes erspäht. Der Bauer hängt. Ja, können wir auch nicht so richtig denken. F5. Ja, es gab Turm E2. War ein bisschen C her. Aber nach Schach hierhin würde Schwarz auch gewinnen. Und dann C4 hier, C3. Irgendwas ablenken. Stattdessen F5 hier. Aber das verliert noch klarer. Schach. Springer E4. Der Bauer ist weg einfach. Ja, da hat er am Ende doch Milch gegeben. Wie Chyugov. Ja, irgendwann, wenn man dieser Dauerdruck führt. Ich merke es auch immer in eigenen Partien. Dazu, dass man irgendwann, macht man Fehler. Also unter Druck verteidigen über einen ganz langen Zeitraum. Dann über Stunden oder sagen wir mal über 10, 15, 20 Züge. Ist unfassbar schwierig. Aber das eine geistige Höchstleistung ist. Und hier hat er am Ende doch was eingestellt. Aber zwischendurch hat er sich wirklich fantastisch verteidigt, finde ich. Da habe ich richtig gemerkt, was für ein guter Spieler ist. Aber niemand hier wirklich. Ein beeindruckender Sieg. Wie steht es im Moment? Wir müssen mal gucken, wie es steht. Im Match. Ja, drei Partien sind gespielt. Die erste hat niemand gewonnen. Die haben wir gerade gesehen. Partie 2 und 3. Klassisch sind Remier ausgegangen. Und heute findet noch die vierte Partie statt. Interessanterweise hat sich niemand ordentlich verbessert. in der Weltrangliste. Wir sehen es hier. Er hat 11,5 Punkte plus in der klassischen Weltrangliste. Er ist Nummer 21 der Weltrangliste. Also er klettert ganz gut im Moment in der Weltrangliste. Das muss man natürlich beobachten. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und er scheint sich wirklich sehr gut zu verbessern. Gegen Giri das Match. Das war natürlich fett im Plus. Das hat er ja im klassischen Schlag sogar gewonnen. Mit Plus 1. So, ich hatte schon darauf hingewiesen. Meet the Greek in Berlin. Ich bin Ende August in Berlin. 1.30. August mache ich ein Meet the Greek im World Chess Club. Man kann hier Tickets kaufen. 15 Euro kosten die für die Veranstaltung. Geht den ganzen Nachmittag. Ich spiele gegen jeden, der vorbeikommt, Schach. Und wir machen Fotos, quatschen, ein bisschen Trash-Talk. Ihr könnt auch selbst Schach spielen vor Ort. Das ist ein richtig schöner Club, der World Chess Club. Neben dem Mann ist noch ein Kaffee. Da kann man trinken, was essen. Es gab ein paar Hinweise von Zuschauern, die keine Kreditkarte haben. Und man kann nur mit Kreditkarte wohl das Ticket zahlen. Ihr könnt euch gerne bei mir melden. Und ich lasse einfach in der Tageskasse was reservieren. Das ist auch möglich. Einfach an meine E-Mail. Einfach eine Mail an mich senden. Sparta-Jazz-at-Mail. Meine Mail findet ihr auch in der YouTube. Unter der... Na, wo findet ihr es denn genau? Viele finden meine Mail nicht. Man findet die Mail hier. E-Mail-Adresse ansehen. Das wissen eigentlich, das weiß irgendwie gar keiner. Da findet man die Mail. Alles klar. Das von mir. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Schön, dass du noch da bist. Kennst du eigentlich schon Chesamee The Big Greek Academy? Dort findest du eine Menge Kurse über Öffnungen, Mittelspielthemen, Endspielthemen und eine tolle Serie über Weltmeister. Klick einfach auf das Banner und schau nach, ob auch für dich etwas dabei ist. was halt ein paar andere horsemen. Weitert werden, Als du noch da bist.